Ihr wisst, wie viele Leute beteiligt waren. Es war schieres Glück, dass ich im Mittelpunkt stand. Ein fragwürdiges Glück. Ich bin nicht sicher, ob wir mehr oder weniger davon brauchen. Aber ihr habt recht. Dieser Sieg war der Triumph eines Bündnisses. Das gibt es dieser Tage nicht oft. Aber nun, da die Bresche geschlossen ist, braucht dieses Bündnis ein neues Ziel. Troppen im Anmarsch! An die Waffen! Was zum... Wir müssen zu den Toren! Das verheißt nichts Gutes. Wir müssen Barrikaden oder so errichten. Das wird gewöhnen. Tja, dann muss das Festbankett wohl warten. Cullen? Melde gehorsamst. Eine riesige Streitmacht nähert sich über den Berg. Unter welchem Banner? Keinem. Keinem? Ich kann nicht reinkommen, wenn ihr nicht öffnet. Ich bin Cole. Ich komme, um euch zu warnen. Um zu helfen. Es kommen Leute, die euch wehtun wollen. Aber das wisst ihr vermutlich schon. Was soll das alles? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Wir haben es gleich. Haltet sie uns vom Leib. Haltet sie zurück. Wir sind bereit zum Feuern. Wir sind bereit zum Feuern. Das hat gesessen. Wir laden nach. Geht ihr zu dem anderen Trivok. Es schießt nicht. Hier lang. Wir müssen diesen Trivok in Gang bringen. Sie treibt uns an! Sie treibt uns an. Sie treibt uns an. Sie treibt uns an. Da kommen noch mehr. Haltet sie von den Trivok fern. Die Trivok. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020